Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1.5 bei dem Mix von Mix. Ja, und da... Ich leider nicht geschafft habe, meine Malfits zu besiegen, kann ich jetzt direkt zwei Kingdom Hearts Parts hintereinander aufnehmen. Yay, das heißt, diesen Part nehme ich gerade direkt nach dem letzten auf. Und ich versuche diesen Part so gut wie möglich zu halten, weil der letzte echt lang ging. Für Kingdom Hearts, für Kingdom Hearts Part ist das echt lang. Also bei Final Fantasy sage ich immer noch, gut, da kann ich nichts für. Und ich denke, da muss ich auf diese scheiß Speicherpunkte warten, aber hier... Ah, wir werden sehen. Na ja, das geht, das geht, die Camille ist alles, ja ja ja. Diesmal bis hin mal nicht, diesmal weil ich auch die Plattform kaputt machen kann, was wir vorher nicht wussten. Ich krieg dich auf, siehst du, du, kleine Luther. weg spawnt er in mir drinnen, dieser Penner wo ist der andere? da stirb ich sollte mal lieber hier weg gehen, weil die macht jetzt gleich den scheiß Blitz genau, den mein ich so lict zweif Bomb der Sorte? Och ne Ööh, spinnt auf der Plattform. Ist das ihr Ernst? Öh, da kommt der Nächste. Okay, anerst du. Pass auf, die macht gleich hier einen Scheißblitz. Jojojojo, kann man aber relativ gut ausweichen. Außer ich renne natürlich genau rein. Mein Gott, fick dich doch. Ey, es kann doch nicht sein. Hör auf, in den verfickten Blitz reinzurennen. Dann geht es auch gut. Meine Fresse. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Ja. Ich hab schon verstanden. Wo bist du? Kommt halt doch noch mal her. Ich hab's daneben gehauen. Wie? Ey, ey, genau. Das ist so logisch, das King Hartz. Wer kennst du nicht? Die schöne King Hartz. Die schlägt, beendet ihren Schlag, aber trotzdem kriegst du noch Leben ab und zu. Weil ja, ist halt so. Und die anderen beiden sind schon wieder tot, ne? Ja, komm. Komm, tue ich mal Todsucht auf dich. Damit du auch schnell stirbst. Ich warte jetzt, bis der Blitz da ist, ne? Ich renne diesmal nicht in den Blitz rein. Diesmal nicht. Jetzt ruft die wieder ihre scheißbehinderten Freunde. Weil die nämlich keiner hat. Achtung, Blitz. Das war schon wieder sauknapp. Achtung, Blitz again. Achtung, Blitz, 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 Blitz. Komm runter, du scheiß Vieh. Bevor die ihren scheiß Blitz machen. Jo, 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 jo. Hey, eigentlich kann man den Blitz so gut ausweichen, ne? Aber ich krieg's einfach nicht gebacken. Verrecke. Oh nein, nicht die Attacke. I hate the Attacke. Ja, super. Auf deiner Plattform. Achso, okay, die kommen runter. Achso, die beiden sind schon wieder tot. So, Donald, komm mal her und helf mir. Okay, Blitz. Ich kann nicht auf den. Soll's ja für die beiden Penner gehen. Blitz. Boah. Vor allem kann ich mich an hier den Bosskampf null erinnern, ne? Ich kann mich an einen anderen Scheiß-Bosskampf gegen Malefiz erinnern. Ja, aber nicht gegen den. Wenn die Kicken auch von dem Ding angetroffen werden können. Das wär so schön. Warum immerhin einer tut? Komm, die macht gleich hier einen Scheiß-Blitz. Ich seh doch schon wieder aus. Jo. Ich renne wieder rein. Das gibt's nicht. Das war diesmal nicht nur mein eigenes, sondern nicht von Donald. Ja, super, toll, danke. Mein Gott. So, diesmal hast du mich nicht erwischt. Okay, weg, 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 weg. Okay. Ja, genau. Wo ist dein anderer Kumpel? Ich hab ein bisschen Angst vor deinem anderen Kumpel. Muss ich ja zugeben. Oder hat die nur ein eigenes Wort? Glaub ich nicht. Ich sollte ja erstmal warten. Nein, warum gib ich mir Heilung? Braucht noch kein Mensch. Jetzt brauche ich. Hat auch da ist dein Kumpel. Ja, super, jetzt ist die aber uns. Oh, nein. Danke, Donald. Oh mein Gott, Donald. Danke. Alter, du... Ich hasse dich, du Penner. Nein. Geh mir da einer blauen Scheiße weg. Ey, wie oft kommt denn diese blaue Scheiße noch? Das kann doch nicht sein. Hehehehe. Schade. Och. Mensch. Ja, super. Schön, dass du denen Schutz gibst, aber mir nicht. Achtung, die macht ihren Scheißblitz. Jo. Nein, nicht in den anderen rein. Nicht zu viel jetzt hier. Nein. Pack deine zwei Penner da weg. Oh, nee. Ja, genau. Flieg mal zu mir, Hufi. Ist okay. Ah, der eine Penner ist unten. Ach, schon, jetzt gleich kommt ein Blitz. Dass die KI aber auch einfach verstehen bleibt, ne? Das ist fragwürdig. Ich muss noch aufmachen, dass der Blitz immer nach links und rechts geht, wenn der kommt. Nö, jetzt kommt die mit ihrer blauen Kacke da wieder an. Kommt die wieder mit ihren Scheißblitzen an. Von denen ich mich jetzt nicht treffen lassen darf, weil ich... Ah, nein, nein! Oh! Ich will nicht sterben. Stirb. Äh, geh mit deiner blauen Kacke da weg, ey. Oh, komm, die hat nicht mehr viel Leben. Die hat echt nicht mehr viel Leben, ne? Sterbe. Sterbe. Yes! Mh! Stirb! Donut hat Schamane erhalten. Ansehenbericht 5 erhalten. Ist das gut, dass ich schon dahin gehe? Do you need some help? Riku! Nein! Ja, ein Kacke. Aber in der anderen Seite, diese Kacke hat die Macht, um zu erzeugen, um die Leute zu erzeugen. Ich muss mich demonstrieren. Behold! Jetzt, öffne dein Herz. Erzähl es in die Schmerz. Erzähl es in die Schmerz selbst. Das ist es. Ich hätte da so nicht hingehen sollen, denn jetzt kommt der Kampf. Ich habe euch doch... War das im letzten Part oder habe ich das am Anfang dieses Part gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ich habe euch doch gesagt, ich kann mich nur noch an einen Kampf gegen Malifiz erinnern. Das ist genau dieser Scheißdracht. Nein! Oh, nee! Okay, okay, okay. Moment. Der Hyper hat mir was gesagt. Es gibt irgendwo eine Wurzel, wo die in die Schien kommen. Ist das die hier? Ja, super, toll. Danke für nichts. Ich hätte gesagt, es gibt irgendwo eine Wurzel, wo die in die Schien kommen. Ist das die hier? Ja, guck mal, wie die abgeht, ey! Ich will das doch noch gar nicht. Ja, wie willst du denn da ausweichen? Ja, du meinst die Wurzel, oder? Wo die nicht hinkommt. Ja, aber... Ey. Guck mal, wie schnell die die Angriffe hintereinander macht. Vor allem kommst du gar nicht mal dazu, die anzugreifen. Das ist das Problem. Schaut euch diese Scheiße an. Ja, guck mal, ich gehe da hin und dann kriege ich direkt einen Scheiß. Ja, schaut euch das an! Ganz im Ernst, was ist das? Das halte ich für ein Gerüst. Ja, wie willst du das... Komm, ganz ehrlich. Fickt euch, Mann. Fickt euch. Ohne Scheiß. Wie? Ganz ernsthaft jetzt. Du gehst da hin. Die macht Angriffe in Sekundentakt. Ne, ich gehe da jetzt nicht hin. Da ist ein... Weißt du was, Leute? Ich werde hier den Part beenden, weil der letzte Part ging ja echt lang. Im nächsten Part werden wir das nicht nochmal probieren, weil das einfach nur krank ist. Sondern wir gehen, glaube ich, nochmal ein bisschen trainieren. In die Arena des Olympus. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr gerne im nächsten Mal wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Ihr seid doch, bis dahin. Tschüss.